Dieser Ford Cougar steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen blauen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017